Hallo Freunde, ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen zweiten Advent. Wir haben sogar nicht gefeiert heute. Feiern wir doch noch. Wir machen ja Weihnachts-Adventsfeier. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, Jingle Bells, Jingle... Ist die falsche Tonlage? Mach du vor. Nein. Mach du vor. Sag mal, was für Tonlage. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, Freunde, einen wunderschönen zweiten Advent wünsche ich euch. Eine schöne Zeit. Ach, Jet, wir haben euch gern. Schön, dass ihr alle da seid. Dafür, ihr singt alle mit. Einmal geht's noch. Und drei, zwei, eins und... Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, Jingle Bells... Bist du falsch? Du singst falsche Melodie. Nein, das liest jetzt nicht vor. Melodie und Rhythmuslegastheniker, meinst du das? Ja, 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 das ist richtig. Es ist richtig. Ich kann das nicht. Manchmal tue ich mir dann so schwer, dass ich mitsing, weil du einfach eine komplett andere Melodie singst. Da kann ich nicht mehr singen dann. Aber ich finde, du hast eine schöne Stimmfarbe. Und eine schöne Ding. Aber auch die Melodie ist mir einfach ein bisschen das Problem bei ihm. Okay. So, Chat. Jetzt passt's mal auf. Jetzt zeig euch mal, wie wichtig, wie gut ich singen kann. Kannst du kurz mit der Gitarre bitte unterstützen und eingreifen? Ich hol's da. Ich hol's da schnell. Ja. Aber ich find's eh schön. Er hat nämlich so gesagt, also ja, ich kann ja Gitarre spielen. Und Sascha hat sich gewünscht, dass ich die Gitarre vom Dachboden, darf ich eh gar nicht laut sagen, die war jetzt im Dachboden, ist schon fast ein bisschen eingestoppt, hab schon ewig nicht mehr gespielt. Vom Dachboden runterhole die Gitarre und dass wir dann immer am Sonntag eine Adventsfeier machen. Finde ich eh richtig schön. Ich mag ja gern. So, also dann spiele ich mit der Gitarre und Sascha singt euch was vor. So vorne, Achtung, es geht los. Are you ready to rumble? Ja, super. Die muss nur kurz die Haarseite stimmen, weil die ist neu drauf gespannt. Ja, bitte gib's lieber Paulina. Wow, Freunde, jetzt geht's los hier. Alle Herzen in den Chat. Alle Herzen in den Chat. Wir feiern gemeinsam den zweiten Advent. Bis steppert. Jawohl, so. Und eins. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jah! Ja, Freunde, was sagst du? Das war doch super. Jawohl, Chat voll mit Herzen. Ich küssere euer Herzen. Jingle bells, Hammer. Wir haben heute einen wirklich schönen gemeinsamen zweiten Advent. Und weil ihr so lieb seid hier und viele vielleicht auch einsam sind, singen wir euch noch ein zweites Liedchen vor. Was? Du kannst es aussuchen. Wir haben ein ganzes Repertoire an Songs, das wir alle können. Vor allem Paulina kann super Gitar spielen. Das ist echt der Wahnsinn. Und ja, Freunde, ich weiß, ich kann nicht singen, aber man muss sich trauen. Es hilft nichts. Nur so kann man besser werden. Ich habe auf der Insel immer versucht zu singen. Und es ist nie besser geworden. Nie. Aber ja. Aber du musst ein bisschen lauter, weil ich darf nicht die... Aber ich singe nicht so lauter. Du bist leiser, du schreist halt sehr. Nein, Schatz, bitte tu mir das nicht an. Für die Zuschauer ist doch... Ich mag das nicht so gern. Verstehe ich nicht. Paulina, gar keinen Bock mehr. Doch, ich mag sehr gern singen und Gitarre spielen. Du singst richtig gut. Ich singe nicht so gern von anderen. So, jetzt zeige ich euch mal was, Freunde. Paulina kann so gut singen. Ist eh keiner da. So gut singen. Jetzt machen wir wirklich hier die Settings perfekt. Und jetzt richtig... Schatz. Das muss ganz zum Mund, weil dann ist perfekter Ton. Dann ist perfekter Ton. Machen wir jetzt ein Ding. Ein Hauptding. Wir singen gemeinsam. Wir singen sicher nicht. Ja, aber nur ein Hauptding. Ich war auch kurz so laut gesungen. Die Menschen müssen das hören. Du singst so schön, Schatz. Also nur, wenn du magst. Jetzt bin ich aufgeregt. Sascha lasse es beim Bizepsflex, genau. Und Paulina kann mit mehr glänzen, als wie nur ich mit dem Bizeps. Gerade vor 4000 Leuten kurz mal ein bisschen singen. Ja, das geht schon. Das ist ja okay. Schatz, du musst wirklich ganz zuig sein. Aber ich mag nicht so lauter reinsingen. Schatz, genau. Du singst damit. Ich mach einen Ton, Mann, Schatz. Voll schön machst du das. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Seht, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit. Macht dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Wow, Freunde, absolut Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Du singst so gut. Ah, jetzt ist es gut. Ey, du singst so gut. Schau, der Chat komplett voll mit Herzen. Ja, die haben es. Schau, alle, alle. Nein, bei mir haben sie geschrieben, ich bin Melodielegastheniker. Und bei dir, der ganze Chat ist voll. Kompletter Chat ist voll. Danke, danke, danke. Wahnsinn. Wahnsinn. So schön, Englischstimme. Echt, Englischstimme. Ganzer Chat. Schau, 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 schau. Wahnsinn, ist schön. Übertrieben gut. Ich glaube, es ist ein Wahnsinn. Also da kann ich mit meinem Süßwasser-Song einpacken gehen. So, jetzt ist aber genug. Jetzt pack mir die Gitarre. Macht man ein Lied? Nein, muss nicht. Jetzt ist wirklich genug, glaube ich. Aber hättest du noch Lust, leicht? Nein. Nein, nicht? Du bist gerade dabei, so. Ja. Passt, genug. So. Das nächste Mal. Ja. Du bist in der Endcard drin. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja. Mehr Fitness gibts nicht. Such dir ein Video aus. Click it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Ja. 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 Ja.